Der Bolzplatz-Modus, der Straßenkicker-Modus. Und wir sind jetzt hier in Rio de Janeiro zu Gast. Und ich sag euch, auf dem Platz war ich in Rio vor zwei Jahren. Ganz, ganz geile Atmosphäre. Davon lebt das auch. Und ob man zocken kann, das werden wir jetzt sehen. Wir haben Niklas und Fabian gegen Marv und Mitch. Dunkel ist Mitch und Marv, ja? So, aber jetzt... Kann man nicht steuern? Und jetzt ist es soweit. Nee! Schlock wieder in der Kiste. Das ist ja voll schwer. Das sieht schon geil aus, finde ich. Sieht echt geil aus. Und das attraktivste an Volta im neuen Spiel ist, das findet unkommentiert statt. Kein Fuß und kein Buschmann. Es ist der Genießer-Modus. Zack! Wer war das für euch? Hier. Was hältst du alles schon? Krass! Raff! Wie schwer ist das mit den Tops zu machen? Sehr schwer, hoffentlich. Ja, echt. Also da sehen wir schon, das ist vom Abschluss her voll anspruchsvoll. Der Fake-Shot zu weiß aus. Spiel! Oh, jetzt aber! Hey! Das gibt's doch gar nicht! Der Lomp hält einfach mal alles. Ja, der hält alles. Der putzt die Linien blank. Schieß! Das ist so spannend. Aber noch! Chiri! Nochmal! Hey! Das wollte ich noch. Er ist halb zuerst. Aber ey! Hey! Er ist halb zuerst. Ich will jetzt noch das Tor marschieren. Das ist krass, ey! Das ist geil! Rausspielen! Oh, wäre gut! Und jetzt aber! Nein! Nein! Ja, ich stehe vorne! Haben wir! Oh! Ja! Traumtor! Traumtor! Rio steht Kopf! Weißt du das mit? Ja! Rio steht Kopf! Weiser verzaubert die Copacabana! Der war echt geil gemacht! Der war echt geil! Krass! Okay! Hey! Oh, oh! Das geht doch nicht! Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein! Oh! Oh, nee! Ja, sag mal! Männer! Rein doch rein! Was hast du denn? Ey! Ey! Ey, das ist ja... Das ist ja... 2-0! Ah, ach, auf! Jetzt ist es! Das ist so warm! Oh, gut, gut! Neyy! Nee! Hält, du bist! Dann lacht er sich drüber kaputt! Ja. Mach ihn. Komm, mach es. Das ist doch nicht normal. Neun Sekunden. So, Männer. Eins noch, ne. Ja, ist vorbei. Da waren wir zu stark. Da waren wir zu stark. Eins muss er mitschauen. Aber geiler Modo, sag ich.